So meine Freunde und Willkommen zurück zu RuneFactory Frontier! Endlich ist es soweit und es ist Ferienzeit, Ferienzeit und ich hoffe ich habe genug Geld dabei, damit ich mir was kaufen kann. Ja, wenn wir heute das große Labor kaufen wollen und neue Kästen und alles drum und dran und yeah! Das wird hoffentlich mega geil werden. Ich hoffe ehrlich gesagt, wir haben echt genug Kohle, weil ich glaube ich habe sehr viel ausgegeben für Kürbisse. Und ja, Kürbisse. Ne, ganz ehrlich, ich hoffe einmal, wir kriegen jetzt ein bisschen Kohle, zum Beispiel ich hoffe, die Kohle reicht. Weil das wird jetzt was richtig Gutes kaufen können, ganz ehrlich, weil wir haben es nötig. Und es ist noch nicht 8 Uhr, deswegen ist Lute noch nicht da. Lute, du alte Schnute! Wo bleibst du? No most candy? Ne, Candy ist doch gar nicht da. Candy ist wohl noch in der Küche. Ja, um 9 Uhr soll hier erscheinen, deswegen warten wir hier ganz kurz und chillen hier. Und warten und chillen und warten und chillen und warten und wir chillen und warten und wir chillen und warten und wir chillen. Ja, ihr wisst, was ihr meine. Kommt der Punkt 9 hierher oder wie sieht das aus? Wir könnten mal gucken, ob er auf einmal auftaucht oder ob was anderes passiert. Wir schauen einfach mal. Ja, mal Zeit. Too much time. Yeah. 6, 5, 4, 3, 2, 1, wann bleibst du? Woher kommst du? Oder? 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 9 Uhr! Er ist nicht da. Er hat mich enttäuscht. Er kommt nicht her. Da ist er! Da kam er gerade! Oh Mann! Ich habe es verpasst. Da kam er mir gerade entgegen und ich bin einfach weggelaufen. Weggelaufen. Gut, die erscheinen nicht einfach, die kommen her. Wie Rosetta ist auch beim Essen. Also mit Essen, mit dem Liefern. Muss er jetzt da hinten stehen? Ja, genau, da ist er. Lute! Was ist los bei dir? Was kaufen? Was hättest du denn gerne? Hm. Hm. Ein paar Möbel. Kisten hätt ich ganz gerne. Mini-Kühlschrank. Entspannungsvorhang. Sommersee? Nee. Labor. Nein! Ich muss mein Haus voll vergrößern. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt doof. Ich kann mir auch so eine Maschine kaufen. Was macht die Samen... ...gänter hier? ...macht aus Ernte Saatgut. Okay. Hört sich auch nicht schlecht an, ne? Nein. Ich nicht. Große Pfanne. Ähm. Sonst... Was anderes sonst noch? Möbel. Ich brauche Kisten. Entspannungsvorhang. Nein. Großer Tisch. Nein. Mini-Kühlschrank. Sommersee. Auch nicht. Es gibt's ja einfach nicht, ne? Praktisches Laborkauf wird's erstmal ganz einfach hier kommen. Ja. Zwei Balken. Nutze es gut. Praktisches. Ja. Kaufen wir erstmal. Gut. Kann ich jetzt denn etwas an Kisten oder sowas kaufen? Muss ja nochmal auch was sein hier fürs Haus. Großartige Küche. Die kann ich mal auch holen. Oder? Snacks. Schneller. Du kannst tolle Küche mit bis zu vier Zutaten auf einmal kochen. Okay. Das ist gut. 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 Dann haben wir die schon mal. Dann kann ich mal noch das großartige Labor kaufen, wa? Guten Morgen. Ja. Hey. Was geht ab bei dir, Lute? Ähm. Ja. Die Kisten finde ich aber hier nicht. Ich brauche derzeit nichts. Boah. Was für mein Haus? Großartiges Labor. Feinschmeckerküche. Großartiges Labor muss erstmal dann. Ah. Ah. Das kriege ich erst, wie mein Haus vergrößert oder was. Okay. Dann nicht. Äh. Koch-Untensil. Da noch irgendwas. Eine Pfanne. Ein Topf. Auch nicht. Obwohl eine Pfanne wäre vielleicht ganz gut, ne? Wie viel kostet so ein Generator? 5.000? 2.000? Joghurt. Samen. Garn. Käse. Käse war auch nicht schlecht, ne? Milch können wir haben. Garn. Ich hole mal das Garn. Macht aus Wolle Garn. Durchdrücken von A. Kannst du Wolle in Garn packen? Ne. Ich glaube, ich hole mal ganz schnell die Joghurtmaschine, weil ich liebe Joghurt. Joghurt ist mega. Milch brauchen wir einfach zu. Das ist auch ganz schlecht. Das geht eigentlich voll leicht. Zack. Gekauft. Sonst irgendwas? Äh. Kommt bald wieder. Nein, ich möchte noch was kaufen. Und zwar hätte ich noch ganz gerne eine Topferpfanne. Pfanne. Ja. Warum möchte ich eine Pfanne haben? Ganz klar, weil da soll man Fisch machen können. Und wenn man Fisch machen kann, ähm, da kann man sich gut verpflegen, wurde mir gesagt. Also mit Fisch soll man sehr viel RP ausgleichen können. Und sich tolle Gerichte machen können, mit denen man ordentlich Zusatseffekte bekommt. Wie HP+, Verteidigungs-Plus, dann alle dummen dran. Also wurde mir gesagt, dass die leicht und gut sind einfach, Fische. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, machen wir uns einfach das mal. Aber wir haben das Labor, das wollten viele haben. Deswegen habe ich das mal auch geholt erst mal. Und eine bessere Küche. Dann kann ich mir Flake jetzt auch einen Kuchen machen, endlich. Aber dafür brauche ich auch das jeweilige Rezept nochmal. Aber wir brauchen ein bisschen Kohle. Und Kohle kriegen wir erst mal unsere Kürbisse reif. Und das dauert noch ein paar Tage. Ich kann Dünger auch holen, ne? Ja. Ne, kann ich jetzt nicht. Weil die alte Lara, die hat ja Ferien. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an die Ferien mal wieder in die Beach. Haben wir lang nicht mehr gemacht. Ich habe auch irgendein Part einfach mal Beach-Dinges genannt. Weil ich dachte, da wären wir am Strand. Aber das war der falsche Part. Da habe ich das voll verdusselt einfach. Kann mal passieren. Ich bin auch nur ein Mensch. Genau wie andere Sachen passiert sind. Ein Room Factory Part wurde hochgeladen. Und was war da? Keiner konnte irgendwie gucken oder sowas war das. War auch ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, was da los war. Oder war, was war das? Ey. Ich habe ein Part hochgeladen. Irgendwie um 11 Uhr abends. Abends. Ich go, hey, was da los? Ne, das war auch ein Fehler von YouTube. Nicht von mir. YouTube hat den Fehler gemacht. Nicht ich. Diesmal nicht ich. Ich bin zwar sonst immer ein bisschen verpeilt und so. Aber diesmal habe ich wirklich keinen Fehler gemacht. Keiner am Ferientag am Strand. Das geht ja gar nicht. Okay, es ist 10 Uhr erst, ne? Aber trotzdem. So, 10. Oh. Ey. Erwischt hier. Komm, ich hätte auch einen Fisch gehabt hier. Das war ja wohl voll locker. Easy. Muss ja ins Grüne rein eigentlich, ne? Ja. Jawohl. Eine Garnele. Klasse. Nein. Ich will die haben. Steck die ein. Los, nochmal ein bisschen Angelspaß heute. Okay, der war gut. Der war... Scheiße. Nochmal. Sklapp wieder. Jawohl. Nice. Das ist so ein richtiges Konzertionsspiel, ey. Warum schon? Ja. Jawohl. Ein Steuerbarsch. Hoffentlich geben wir nicht die Steuern aus. Okay, der war schlecht. Und weiter geht's. So. Und warten und warten und warten. Und jetzt. Oh, ich bin so schlecht, ey. Ich kann echt gar nichts. Normal. Ich kriege was Vernünftiges jetzt her. Komm schon. Bisschen Grüne. Bisschen Grüne. Und ein Kugelfisch. Sieht auf dem Bild aber nicht so aus wie ein Kugelfisch. Sieht mehr da aus wie ein normaler Fisch. Komm schon. Wenn er so richtig zieht, dann wird er richtig ran da. Oh. Verdammt. Shit happens. Kam da hinten jemand schon? Nee, ne? Doch, da steht jemand jetzt. Voll verpasst, beim Umziehen zuzugucken. Oh. Tabata. Guten Morgen, Zero. Es ist für mich ungewohnt, einen Badeanzug zu tragen. Es ist peinlich. Gaff, 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 gaff. Nein, ich gaff da nicht hin. Ich bin nicht so einer. Wen haben wir hier noch? Tao ist das hier? Nee. Doch, Tao. Guten Morgen, Zero. Du hast das Montsengrün-Rübe-Sieg nicht übel. Hm, ich wusste das. Das Zeug dazu hast, Zero. Und er zum Rosetta. Guten Morgen, Zero. Es wird das herrlich. Als wir klein waren, haben Tao nicht öfter ein Picknick veranstaltet. Ja, das hatten wir aber alles schon als Text. Und er braucht es, muss ich immer sagen. Halt, du sind immer, Mann. Cinnamon, Cinnamon. Guten Morgen, Zero. Es ist jeden Tag so heiß. Zu dieser Jahreszeit kannst du die Büffelmuh-Konstellation sehen. Eine Büffelmuh? Was ist denn der Unterschied zwischen eine Büffel... Weiß ich nicht. Äh, die Büffelmuh-Konstellation kann man erst nach Mitternacht sehen. Streng dich an, sie zu entdecken. Genau, die ganze Konstellation da. Es gibt noch so viel, was wir machen müssen, Leute. Ich angle jetzt neben Rosetta. Ein heißer Fang. Zieh mal richtig extrem. Und jetzt! Ein Lachs! Ha! Der Lachs war ein Klacks! Oh, jetzt nochmal chill. Ich war nicht die Angel rausgeholt. Arzt, genau darauf achten, wie der Charakter sich verhält. Ziehst du jetzt gar nichts raus? Abbrechen. Erwischt. Ich habe B gedrückt, oder? Ja. Nimmt er trotzdem was dann? Tatsächlich. Komm. Zieh nochmal richtig extrem. Jetzt! Ach, verdammt, das war zu früh. Shit happens! Nochmal. Wissen Angeln muss sein, mal. Hör auf zu summen, das irritiert mich. Jetzt aber! Gerade noch so. Ein Nadelfisch. Klasse. Einmal will ich noch und zwei hier oben. Und Wurf. Ihr kriegt meine dicksten Fische. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nochmal. Komm, zieh. Zieh Leine. Zieh Leine, kapiert ihr? Ganz viel Glück. Und können. War das schon gut? Jawohl, der war gut, ey. Eine Brasse. Nice. Taschen sind voll. Verdammt, das habe ich jetzt nicht gehofft. Gut, dann muss ich mal ganz kurz was machen. Und zwar ganzen Schrott wegschmeißen aus meiner Kiste. Erstmal kriegst du eine Erdbeere. Danke. Danke. Aber woran kämpfst du meine Vorlieben? Oh ja. Das ist ja wunderbar. Tabata ist hier am Chillen. Ist auch jemand sonst gekommen? Nö, ne? Nö. Okay, dann können wir wieder weggehen hier. Ja, das wird aber letzte Part sein, die ich wieder aufnehmen werde, weil ich habe gerade was anderes zu tun. Beziehungsweise gleich was anderes zu tun. Und ja, wir machen Vorbereitungen jetzt noch für die Lava-Ruine. Apropos Lava-Ruine, da werde ich gleich noch hingehen. Keine Sorge, wir haben jetzt ja noch 10 Minuten Zeit. Und dann werde ich da gleich erstmal... Ein bisschen was farmen. Weil ich brauche eher Sachen zum Verkaufen. Und! Was ich sonst noch brauche. Kann ich das da reinpacken auch? Nee, kann ich nicht. Ja. Moment, erstmal erst verstauen. Was ich verstauen kann. Ich glaube, ich kann nicht mehr verstauen, ne? Scheiße. Gut, dann müssen wir das anders regeln. Das ist... Ah, das ist das Labor, ne? Die Joghurtmaschine ist das. Bedienung für die Joghurtmaschine. Milch... Wie viel bringt das denn, wenn ich da einfach mal jetzt eine Milch reinkippe? Moment! Falsch! Bevor wir das machen... Will ich an meinen Ofen gehen. Rute, was ist... Achso, Angelrute wahrscheinlich. Naja. Pfanne. Kann ich in der Pfanne was machen schon? Irgendein Fisch. Passiert jetzt irgendwas? Muss noch üben. Ist er schwarz geworden? Keine Ahnung. Topf. Wo ist mein Ofen? Pfanne? Hä? Wo? Pack die Rute mal weg. Die irritiert mich gerade voll. Was ist das? Flop! Top oder Flop? Okay. Wir haben einen Flop gemacht. Flip, Flop. Flibbeli, Flop. Ähm, ja. Ich werde erst mal ein paar Sachen verkaufen. Verkaufen, genau. Ja, was weiß ich nicht. Ich werde ein paar Kristalle, glaube ich, wegpacken, weil die brauche ich nicht alle. Kristalle, Edelsteine, Flop. Der bringt wenigstens 30, wenigstens etwas. Der Hummer bringt auch generell viel. Rüben bringt auch viel. Die Mondjob soll ich nicht verkaufen, das war mir klar. Ich werde die Stäbe beide verkaufen, ganz ehrlich. Sie bringen erstens Geld und zweitens brauche ich sie überhaupt nicht. Weil ihr habt gesehen, ich finde das Zaubern kacke. Ich mag es nicht. Unkraut soll ich nicht verzaubern. Wasserkristall 1 kann auch weg. Der kann auch weg. Der Amethyst werde ich gleich wegpacken. Messerstücke Level 1 kann ich eigentlich auch alle verkaufen. Eigentlich ja. Fisch bringt mir auch irgendein Fischgeld. Boah! Kugelfisch 600! Holy moly. Billigklänge brauche ich auch nicht. Ähm, sonst irgendwas. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Fische alle verkaufen nochmal, damit wir Geld kriegen. Ganz ehrlich. Oder? Ich kann sie aber zum Glück zur Not noch rausholen gleich. Ich packe jetzt erstmal alles hier rein, was ich überhaupt nicht mehr brauche. Ganz ehrlich, ey. Alles weg hier erstmal. Scharfe Fangzähne brauchen wir auch nicht. Komm schon, weg, ey. Äh, warum mache ich das? Ganz ehrlich, ich muss ja erstmal mein Inventar ausleeren. Und das, was ich nachher noch brauche, kann ich natürlich noch, ja, zur Not hier irgendwo reinpacken, ne? Alles schön gewachsen hier? Jawohl, das sieht doch schon mal schön aus. Also es wird was. Es wird was. Bambus irgendwo gekommen? Gar nicht. Okay. Noch mehr Gras nehmen wir mit. Und ja, dann werde ich jetzt mal die ganzen Eisenscheiße wegschmeißen, ey. Ganze Eisenkacke. Wenn wir jetzt alles wegschmeißen. Alles weg, 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 weg. Außer die ganzen Level 3 Sachen, die brauchen wir natürlich. Aber die ganzen anderen, Altmetall und Kupfer und Eisen Level 1, weg damit, ey. Ganz ehrlich. Level 5. Level 5 ist geil, aber der ganze Rest hier. Level 2, Level 1, 16 Stück, ey. Was willst du damit, Zero? Was willst du denn damit? Eisen Level 5 haben wir gar nicht mehr so viel mehr, sehe ich gerade. Kupfer Level 1, weg damit. Level 2, Level 3. Brauchen wir alles nicht. Habt ihr alles gesagt? Brauche ich nicht von daher, weg damit. Weg damit. Gift brauchen wir auch nicht, weg. Tränen brauchen wir noch. Ähm, Monsterhaut brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich. Scharfe Krallen. Scharfe Krallen Level 4. Level 4, Level 1 kann er auch weg. Insektenkiefer Level 5. Also da haben wir schon ein paar ganz gute Sachen dabei. Messerstück kann auch weg. Insektenkiefer kann auch weg. Wie gesagt, wir können eigentlich alles weg. Level 7? Okay, das ist geil. Level 7 ist schon gut. Verkaufe ich mal 2. Äh. Ja, 2. So. Aquamarinen. Bringt, glaube ich, auch noch was. Hartes Horn weg damit, ey. Insektenkiefer. Auch 2 Stück weg. Muss ich mal sagen. Wir haben jetzt ordentlich was zu verkaufen. Bringt jetzt zwar nicht so viel, aber wir haben wieder Platz. Das ist das, was ich will. Wir wollen Platz haben. Mehr will ich gar nicht. Nur Platz. Mach Platz, mein Hund. Naja. Oh, die Sonnenblumen gefallen mir voll da vorne. Die sind voll klasse. So, alles weg jetzt. Die ganze Scheiße. Altmetall. Eisen. Noch mehr Altmetall. Noch mehr Altmetall. Cool. Den kann ich auch verkaufen. Verkauf jetzt einfach. Weg damit, ey. Gras. Naja, kann ich erst mal behalten. Ähm. Rüben. Sonst irgendwas. Was soll ich sonst noch verkaufen? Noch mehr Kupfer. Noch mehr Altmetall. Also ich krieg schon ordentlich Kohle. Dafür seh ich gerade. Hartes Horn. Wurzel. Nein. Das aber alles hier unten. Zack. 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 Gift kann weg. Brauche ich eigentlich auch nicht. Scharfe Fangzähne. Weg. Das weg. Das weg. Sortieren. Haben wieder einigermaßen wenig hier drin. Endlich. Reis. Mehl. Das behalten wir noch alles erstmal. Ja. Wurzeln. Brauchen wir auch manchmal. Von daher belasse ich das auch erstmal. Das kann auch weg. Monster Haut. Level 6. Das behalte ich erstmal. Das kann gut sein. Das Schwert. Ja komm. Das haben wir jetzt erstmal gemacht. Ich glaube ich werde die Kugelfische rausnehmen wieder. Der ist nämlich ganz gut hier. Der Kugelfisch oder? Da wieder Lachs. Der Fisch. Der Fisch. Falls es irgendwas wert ist. Diese ganzen Lachse und sowas. Die ganzen Fische. Dann. Habe ich jetzt dabei. Ich glaube schon oder? Ja. Ähm. Dann. Werde ich das ja sehen. Vielleicht brauche ich dafür auch ein Buch erst um das alles zu machen. Dann machen wir das doch morgen erst mit dem Lava Dungeon. Na ich wollte heute eigentlich noch ein paar Messerstücke fahren damit ich mir das Schwert machen kann. Aber erstmal gucken. Küche. Küche. Pfanne. Route. Habe ich keinen Ofen? Habe ich nicht ne? Sieht nicht so aus. Eingelegte Rüben. Kastanien. Gurke. Eingelegte Gurke. Achso. Chillig. Eiscreme kann ich mir machen. Oh. Das macht gut oder? Wasserresist. Okay. Pilz. Moment. Ich mache erstmal einen Joghurt. Ich will gucken was das bringt. Einen Joghurt machen wir. Lecker Joghurt. Oh. Ich liebe Joghurt. Joghurt ist geil. Kann man sich immer wieder abends gönnen oder schon am Morgen. Und rein da. Ups. Gut. Tue ich also die Milch hinein. Und nun? Fertig. Du hast einen Joghurt erhalten. Und du angelst im Haus. Cool. Zero. So. Was macht der Joghurt? Sortieren. Da ist er. Boah. Er macht jetzt eigentlich gar nichts. Ist auch nur 120 wert. So kann man die Milch vielleicht teurer verkaufen. Aber sonst auch nichts. Pfanne. Kann ich da irgendwas machen? Da brauche ich Rezepte für. Sonst geht das nicht. Topf. Auch nicht. Oder muss ich da so random einfach irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Brauche ich dich denn irgendwo für Joghurt? Ich glaube nicht, oder? Nö. War eigentlich total unnö. Ich hätte mir auch eigentlich hier Eiscreme machen können. Du Trottel, du. Du Zero, du. Du Zero-Modus, du. War eigentlich ein bisschen doof. Egal. Ähm. Ja. Wir gehen auch ganz schnell erst in die Ruine. Und ich will gucken, ob es da wirklich die Sachen gibt, die ich will. Wöch' doch erstmal die ganzen Kugel Fischen und Eis verkaufen. Und. Oder ich mache das ein anderes Mal. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin mir überlegen, ob ich hier noch ein Grasfeld mache. Weil damit das so ein bisschen länger ist. Ich wollte eigentlich alles so ein bisschen gereiht hier haben. Aber ist wohl nicht so gelungen. Aber ich würde sagen, der Part ist lange noch. Wie immer eigentlich. Ähm. Ja, ich gucke kurz in der Ruine nochmal nach. Tüter ein paar Monster. Ja. Und dann passt das schon irgendwie. Ich sehe ja gerade fünf Nachrichten. Also ich sollte mich irgendwie beeilen, glaube ich. Hihi. Mit dem, was ich vorhabe. Gut. Soll ich sonst irgendwas in den Ferien machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war sonst alles. Hey, Serpy. Bücher kann ich mir hier nicht kaufen an Ferientagen. Von daher egal. Aber ich habe gut was bei Loot gemacht. Also jetzt an Geld. Beziehungsweise geholt. Ähm. Ja. Dafür brauche ich jetzt erstmal die Kochbücher. Damit es da weiter geht. Und die Orangen kann ich bald wieder ernten. Aus kann man Saft machen auch irgendwie. Und ja. Boah. Erst noch neue Bücher dafür. Rezepte. Ganz ehrlich. Und viele haben jetzt auch geschrieben hier mit der Bombe. Ja. Das habe ich auch nachher herausgefunden, dass die dafür sind. Deswegen also. Bisschen doof. War ich da? Egal. So. Wir werden das Silber aber heute noch nicht holen. Keine Sorge. Ich will heute einfach nur testen hier. Wie das hier aussieht jetzt. Ob ich jetzt hier Messerstücke bekomme oder nicht. Die sterben, Alter. Was macht der Sensenmann eigentlich? Also was hat der für eine Fähigkeit? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kriege ich auch ein Level ab. Das ist auch nicht schlecht. Nee, die droppen einfach gar nichts hier. Und die Insekten droppen irgendeine Insektenkiefer oder irgendeinen Scheiß. Brauchen wir hier eh nicht. So. Komm mal her. Und jetzt. Tadadadam. Geht ihr nicht tot? Nee. Wollt ihr gar nicht sterben? Wollt ihr nicht vom Großmeister der Großmeister sterben? Da haben wir ein Messerstück. Was ist das jetzt für ein Messerstück? Level 3. Wenn nicht, dann ist es scheiße. Level 8. Okay. Wir haben unser Messerstück. Kommt her. Kommt her. Und du bist her. Level. 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 Up. So läuft das bei uns hier. Klasse, Alter. Das läuft doch. Finde ich cool. Gut. Dann gehen wir zurück. Und dann können wir doch noch das große Schwert machen. Das mache ich jetzt noch. Ja, das mache ich jetzt noch. Damit wir wenigstens das große Schwert haben für den nächsten Part. Dann hören wir uns mit Essen vollstoffen, meine Freunde. Und dann. Und dann geht's rund. Nein, da geht's spitz mit unserem neuen Schwert. Level 3 soll es dann sein. Hoffe ich mal. Ich hoffe, es ist Level 3. Zurück. Wee. Magic Power. Wir zaubern uns einfach weg, weil wir es können, weil wir die Beste sind. Der Beste, der Beste, der Beste, der Beste, der Beste, der Beste, der Beste. Ja, der Beste. Und es ist hier gerade 15 Uhr 6 und im Spiel ist es 15 Uhr 36. Finde ich ziemlich lustig. Ne, 56 so. 56. Warum 36? 56 Zero. Danke. So. Warum unser gutes Eisen? Wir haben nur zwei Eisen, merke ich gerade. Holen wir uns aus. Einen draus. Jetzt machen wir unser Megaschwert. Wehe, das verhaue ich. Ich speicher vorher. Ne. Ich speicher nicht ab. Ich brauche das nicht. Ich kann das so schaffen. Ja. 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 Ich bin Zero. Ich schaffe das. So. Breitschwert. Level 1. Warum Breitschwert Level 1? Ich will eins Level... Das muss doch besser werden. Ich habe ein Eisen Level 2 oder 3. 5 war das doch, oder mein Eisen? Sortieren. Level 5 Eisen und Level 8 Messer. Also komm schon, dann muss was werden. Wenn das nichts wird, dann mache ich mir ein einfaches Wasserschwert. Irgendwie doch egal. So. Breitschwert. Fertig. Und genau in der Mitte. Breitschwert Level 5. Mauli, mauli. So. Level 5 Breitschwert. Das muss doch sein. So. Das Aquaschwert. Zack. Wasserangriff. Machen wir uns hier. Wehe, das verhau ich. Aquaschwert Level 3. Da haben wir es. Go Leute, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero. Unser neuen Schwert. Wo ist es? Ich will es kurz ausrüsten. Da haben wir es. Fum.